Einen wunderschönen guten Tag mit dir und herzlich willkommen in einer Folge von EVIL VEVIL. Es geht direkt weiter mit Episode 5 Nightlife Lowe's. Herr Zafira believes she has identified the one who is responsible for trying to open the curtain of night. A powerful lieutenant called Sarku. His efforts seem to be focused on a shady nightclub downtown. Investigate and frustrate his efforts anywhere you can. So, unsere Chefin hat herausgefunden, wer hier für alles verantwortlich ist. So ein Deutschland. Und irgendwie seine Aktivität ist so um einen Nightclub herum aktuell. Und da müssen wir jetzt ihm so ein bisschen ans Bein pinkeln gehen. So, wir nehmen natürlich wieder hier unseren Machaka. Ready. Und dann gehen wir rein. Hoffentlich kann ich es auch. Sind jetzt auch schon wieder fünf Tage her, seit ich gezockt habe. Das Video für heute habe ich vor einer Stunde aufgenommen. Also nicht mal. Jetzt ist es bei mir 19 Uhr. Wir schießen die hier durch das Fenster durch. Kann er hier nicht durch. Wo kommen die denn jetzt plötzlich? Jesus Christ. Sag mal. Wo muss ich denn durch? Komm, wir müssen uns ein bisschen essen, ne? Sonst sieht es hier direkt schon ein bisschen frustrierend aus, ne? Wo kommt ihr denn? Wisst den Burschen mal. Danke. Ah, hier kann ich hoch. Okay. Gut. Und, äh, ah, das kann ich kaputt machen da. Guck mal. Sehr schön. Sehr gut. Hier ist noch einer, genau. Wunderbar. Noch einer. Gut. Scheiß drauf. Ist ja egal, wo die alle sind. Lass mich jetzt aber hier durchgehen. So. Muss ich hier noch machen? Oh, fuck. Ich will immer mit E interagieren, weil ich vorhin gerade noch Hades gespielt habe. Nicht die beste Idee, ja? Komm, wir gehen jetzt einfach. Keine Zeit für euch. So, interact. Und weiter. Next. Activate the ritual. Okay. Oh, Jesus. Was ist das da? Alter. Ach, du Heiliger. Äh, okay. Essen. Danke. Ob Hunger. So. Mal rein hier. Interact. Ja, shit. Äh. Wisst den Kollegen mal. Danke. Was ist hier los? Nee, hinter mir ist keiner. Müssen wir was essen. Äh. Sag mal. Wie kommt denn hier? Meine Fresse. Letztlich tauchen die vor mir auf hier. Kommt, wir müssen mal an damit. Wie zur Explosion. Okay. Letztja. Das hört nicht auf, ne? Doch, weißt du was? Komm. Äh. Das ist mal kaputt. Danke. Junge. Ja, scheiße. Und ein Schild essen. Das ist natürlich die allerbeste Idee, ja? Hatt' ich schon bessere Ideen. Aber was muss ich denn mit diesem blöden... ...Tücher machen? Wo muss ich die reinpacken, um das Ritual zu aktivieren? Komm, Mann. Ah, komm jetzt, Feed. Ja, danke. So, wo kommen denn diese scheiß Bücher rein? Das checke ich ja nicht so ganz. Äh. Irgendwo ist er ein Scharfschütze. Junge. Hier regt mich ein bisschen auf hier. Jetzt die Dinger schon wieder. Ah, komm. Wo kommen die Bücher hin? Fucking tell me. Geh mal weg da, bitte. Danke. Ich weiß nicht, wo die Dinger hinkommen. Wenn mir das jemand sagen würde, dann... ...dann wäre mein Leben wahrscheinlich viel einfacher. Da. Du blöder Scharfschütze. Kannst mich mal. Bin fast tot. Biss mal einen. Danke. Ah, shit. Okay. Ich checke es immer noch nicht, ne? Wo kommt das Zeug hin? Nehme jetzt mal so ein Buch mit. So, da. Ja, jetzt habe ich verstanden. Okay. So, Nummer eins. So, ja, jetzt, wenn ich weiß, wo das Zeug hinkommt, ist easy. Na, gucken. Friss den mal schnell, danke. Okay. So, und das dritte Buch ist hier hinten. Ich gehe einfach hier durch der Treppe durch. Dich kann ich noch schnell fressen. Warum nicht? So. So. Okay, dann stehen wir jetzt mal herein. Komm. Da. 19% Progress. Das ist gut. Was ist los? Ich habe da diese komischen Dinger gehört. Oder doch nicht. Dieses Christ. Geh mal einen essen. Danke. 69% Progress. Shit. Ammunition ist auch langsam, äh... Auch langsam ein Thema. So, Travel. Slums. Ja, komm. Geh einfach mal weiter hier. Ach du Scheiße. Geh mal hier hoch. Danke. Danke. Ja, jetzt könnt ihr nix machen, hä? Jetzt könnt ihr nix machen. Doch, können sie. Lol. Alter. Warte mal. Wo muss ich hin? So, nehm hier mal alles mit. Danke. Wo muss ich denn hin? Hallo. Das scheint mir richtig zu sein. Aber... Oh ja, bleib da stehen. Das ist gut. Ey. Wer schießt denn jetzt da schon wieder? Ach du heilige Scheiße. Okay. Ähm. Ja. Sehr gut. Ops. Oh ja. Mein Volk bekommen. Sehr schön. Wir noch fressen. Wir need a VIP pass to get in. Hier. Ja, enter the club. Kein Problem. Gut. Puh. Puh. Ähm. Das krieg ich hin. Hack the computer. Kein Problem. Hm. Oh ja, super. Und jetzt? Survive. Okay. Okay. Ich denke, das kriege ich hin mit Survive. Na. Das kriegen wir hin. Okay. Deshalb gucken, dass die nicht von beiden Seiten kommen. Ja. Ah, shit. Warte mal. So. Nein, ich wollte nicht den essen. Hallo? Naja, egal. Wasser. Okay. Sag mal, wo ich hin muss. Was ist hier? Interact. Okay. Ah, Alter. Nervt mal nicht. Wohin muss ich das bringen? Einfach da in die Mitte. Okay. Tun wir hin. So. Und jetzt? Ah, hier ist auch mal eins. Gut. Ähm. So. Kill the remaining enemies. Kein Problem. Ich kann mal essen. Guten Appetit. Noch drei. Und schon. Ja. Nun kann ich auch hochgehen. Okay. 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 Enter the lab. Okay. Oh je. Was für ein Labor, ey. Check the system. Was sind denn hier für komische Projekte am Laufen? Shit. Okay. Bin ich jetzt direkt da, wo ich schon sein muss? Nee, nicht ganz. Come on. Gut. Das haben wir. Stuhl. Okay. So. Du wirst nicht verlieren. Ich habe dich vorbereitet. Ich habe dich studiert. Jetzt ist die Zeit von deinem Leben. Das ist die Zeit, wenn die Tafeln turnen. Das ist die Zeit, wenn ich die Macht der Sadness prove. Er hat keine Ahnung, wie du in deinem Blut sitzt. Mach den Scheiß Schild dabei. Komm. Come on. Tor habe ich geschossen. Kannst du bitte einen essen? Danke. Geh mal ein bisschen weg da. Danke. Okay. Ich muss immer ein bisschen weg hier. Komm. Ich muss einen essen gehen. Du da. Du bist perfekt. Dich kann ich nicht essen, hm? Alter. So, ist gut. Wieder zurück. Einen essen. Wunderbar. Wieder voller HP. Okay. Wir sind der dritte. Hello. Was für Sniper. Das waren Sniper, ja. Junge. Lasst mich doch zu eurem großen Kollegen da. Danke. Na komm. Sehr gut. Sehr gut. Was muss ich testen? Was? Ich bin vergiftet. Okay. Naja. Mission complete. Schließe Mission 5 ab. Okay. Ja, gut. Zeitmeyer EP. Plus 5 Capacity Range. New Slot available. Sehr gut. Capacity Range added. Hyro. Ei. First Sage. Ah, ein Skin. Okay. Cool. So, Level 12. So, die Waffe hat jetzt auch ein neues Augment bekommen. Coole Sache. Ein zweites sogar. Lethality. Und noch ein drittes. Okay. Hier, Level Up für die Waffe. 5. Jesus Christ. Wie sieht's mit der anderen aus? Ja. Style als Augment. Dann Capacity Range. Oh, boom. Okay. Capacity Range. Nice. Okay. Haben wir aber ordentlich was an Belohnungen bekommen, ha? Dann schauen wir mal die normalen Artefakte an. Ich hab jetzt Platz für 3. Feeding reloads all Weapons. So, was hab ich bekommen? Ähm. The Spyro. Prolongs fire effects by 1 second. Okay. Ability damage würde hochgehen. Ähm. Heals with abilities give 10% more XP. Gateway causes an additional explosion with a radius of 3 meters, dealing 10 damage and applies a fire out of 3 seconds. Okay. Resistance against fire. Warum ist der nicht ausgerüstet? Ich dachte, den hab ich noch. Oh. Beeding. Ah, den hab ich schon. Ähm. Wenn ich das verbessern, kann ich 81.000 Credits. Ähm. Ähm. Ability damage erhöhen. Machen wir mal. Okay. Dann zeig mal die Waffen noch her. Ähm. Ich hab hier den 4. Slot bekommen. Haben aber nur Platz für 8, äh, Dinger. Ja. Bethality. Increased kinetic weapon damage by 1%. Increased critical chance. 3% Chance, getötete Gegner explodieren zu lassen. Äh. Ah, das geht nicht. Ähm. Ich hab die ausgesucht. Faster recoil, additional 4. Ja. Ähm. Wenn ich den. Ne. Den will ich nicht upgraden. Den will ich weg machen. Wollen wir mal den. Ja. Platz. Nur für 6. Müsste ich eigentlich den hier nehmen. Increased effective range. Ja. Komm. Müsste 4 mods gleichzeitig aus. Hab ich noch bekommen. Okay. Das kann ich upgraden. Machen wir mal. 2 mal. So. Und dann. Hier. Ähm. Habe ich ausgesucht. Enemy self edition. Aha. Ja. Mehr ammo. Airborne kills. Brauche ich nicht. Creagle hit. Headshot kills. Ähm. Das kann ich machen wenn ich äh. Weiteres Level abgekriegt habe. Oder? So. Dann zeig nochmal die Artifacts. Glaub nicht dass ich irgendwas upgraden kann. Doch den könnte ich. Das. Ja ne das nicht. Ähm. Ability Damage hoch machen. Komm. Jetzt haben wir. 18% mehr Ability Damage. Okay. Cool. Dann geht es als nächstes in die Episode 6. Das machen wir morgen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Hab einen schönen Tag. Macht's gut meine Lieben. Tschüss. Das macht's.